Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loreloads und da ist es geschehen, liebe Leute, wir sind in Folge 50 angekommen. Ich glaube sogar ohne größere Pausen, das war ja so das erste große Ziel, die erste große Hoffnung, dass wenn ich dieses Projekt starte, wir auch auf jeden Fall allein schon im Bereich des Aktuellen so viel Zeug zu besprechen haben, dass wir 50 Folgen ohne größere Probleme durchziehen können. Das ist schon mal gelungen. Kuchen und Bufffood für alle, denn dieses hier haben wir auf jeden Fall gemeinsam erreicht. Dafür ein großes Dankeschön an jeden von euch. Heute wollen wir auch so ein bisschen im Aktuellen natürlich bleiben. Folge 50, Junge, da sind wir dabei. Und mir ist aufgefallen, dass wir über ein sehr, sehr wichtiges Buch auch hier im Podcast noch nicht so gesprochen haben, wie es das eigentlich verdient hat. Dieses Buch hat den wunderbaren Titel Ein Lied der Tiefen und besitzt als Tooltip ein entsetzliches Schriftstück aus der Tiefe. Diesem Buch habe ich, als es rauskam, ein eigenes YouTube-Video gewidmet. Das hieß schlicht und ergreifend Acharas Rückkehr. Also möglicherweise stehen hier Sachen drin, die uns so ein bisschen was in Richtung nächster Addons erzählen können. Ist also auf jeden Fall kein unwichtiges Teil, wenn man damals schon solche Videotitel davon ableiten konnte. Bevor wir da reinlesen, es ist auch ein bisschen kürzer, vielleicht nochmal etwas zum großen Drumherum. Wie haben wir das gefunden? Warum und wo sind überhaupt Naga in Dragonflight? Das Ganze fing an bei der verbotenen Insel, da wo heute ganz, ganz viele abkotzen, weil sie dort die Erfolge für den großen Dragonflight-Meter nachholen wollen und dann irgendwelche richtig widerlichen Rares suchen müssen oder Schriftrollen grinden oder oder. Aber dieser Ort war ja ganz früher bekannt als das Startgebiet der Traktur. Dort sind wir aus ihrer Stase erwach, können wir heute, wenn wir einen neuen Traktur erstellen, auch noch nachspielen und haben dann versucht, sich neu zu orientieren, in dieser neuen Welt zurechtzukommen. Und ja, parallel dazu kam unser guter Kurok Grimm-Totem, den wir sowohl aus meinem Hörbuch Der ewige Schwur von Furorion oder mit Furorion kennen, als dann auch als Boss im Gewölbe der Inkarnation in unserem ersten Raid von Dragonflight. Und irgendwo dazwischen hat er sich elementar ermächtigt und letztendlich das Gefängnis von Rasa Gess aufgebrochen. Die Sturmfresserin entfesselt, naja, und was folgte natürlich? Ein riesiger Sturm, ein Sturm, der so gewaltig war, dass wir lange Zeit gar nicht zu dieser Insel zurückkehren konnten. Ja, wir als Traktur haben uns dann natürlich aufgemacht. Furorion hat versucht, sie zu bekämpfen, ist so lala gelaufen und letztendlich haben wir uns dann von der Insel zurückgezogen und haben uns dann eben Horde oder Allianz angeschlossen und von dort an eben fleißig weitergelevelt. Ja, dann kam es, wie es kommen musste. Rasa Gess wurde unser erster Raid-Boss. Wir haben sie getötet. Sie allerdings hat den Bosskampf damit verbracht, die Gefängnisse von Vyranos, Fyrak und Iridikon zu überladen, die daraufhin frei wurden. Und somit haben wir uns dann auch schnell zurückgezogen. Und was darauf folgte, naja, war im Grunde der gesamte weitere Plot von Dragonflight. Und Rasa Gess wurde leider recht früh das Lebenslicht ausgeknipst. Was damit aber einherging, war natürlich, dass der Sturm, den sie auf dieser Insel entfesselt hatte, dass der mit ihr starb. Und das sorgte natürlich dafür, dass ich rumsprach, dass dort jetzt hinter diesen dichten Wolken, so ein bisschen Pandaria-Style, eine neue Insel zu finden sei. Und auf dieser Insel, da lebten Drachen. Dort lebten geheime Experimente. Also muss es da auch fette Schätze geben. Und darum kamen dort die verschiedensten Kollegen vorbei. Also wir hatten Vrykul, wir hatten Naga, wir hatten Piraten jeglicher Art. Also auch die großen Piraten folgen hier im Lorloat. Und ja, Kapitän Nachtsturm und Co., das sind auch Rare-Mobs oder eben dann Bücher gewesen, die wir auf dieser Insel gefunden haben. Es gibt auch noch eins von diesem besagten Vrykul, der wohl von Odin selbst gesandt wurde. Ganz spannend, da weiß man dann auch nicht so genau, hat Odin den wirklich gezielt ausgewählt und ihm zugeflüstert? Oder ist das eben so ein religiöses Ding? Oh, da hinten gibt es Schätze. Ja, ja, Odin will, dass ich die beanspruche. Vielleicht müssen wir da in die Texte auch nochmal reingehen. Aber die verschiedensten Kreaturen kamen, wollten die Geheimnisse dieser Insel an sich reißen, die Reichtümer des eigenen Volkes nähren und hatten dann eben die verschiedensten Schriftstücke mitgebracht. Und so gibt es auch eine Grotte und sogar einen ganzen Küstenstreifen, an dem sich die Naga eben versammelt haben. Und dort konnten wir dieses Schriftstück finden. Nun müssen wir uns natürlich in Teilen nochmal ein bisschen zurückversetzen. Das war ja nicht mal Patch 10.1, bilde ich mir ein, sondern Patch 10.07. Also eher so ein kleines Mittelding. Und besonders viel war da noch nicht klar. Wir hatten noch keine leeren Verbindungsbestätigung seitens Iredikon. Fyrac war noch nicht vollends mit Schattenflamme durchgedreht. Vyranos, dass die sich uns anschließt, war bei vielen ein Wunschtraum. Aber sie war schon ein bisschen anders zu werten. Und wir hatten noch keinen Weltenbaum. Wir haben Aberus noch nicht geklärt. Und, und, und. Wir sind also relativ am Anfang. Und da haben sie uns also dieses Buch um die Ohren gehauen. Und genau da gehen wir jetzt auch mal rein. Ein Lied der Tiefen. Also in einer Nagergrotte bei einem Nager-Rairmob gefunden. Wir können also davon ausgehen, dass der Verfasser auch ein leeren Wesen, um nicht zu sagen ein Nager, sein müsste. Erhebt euch, heißt es hier. Unsere Königin ruft hinter dem schattenhaften Schleier nach uns. Und das ist ja schon Bänger. Also die ersten beiden Sätze, schon Bänger in meinen Augen. Und zum einen direkt, erhebt euch. Ja, es ist soweit. Wir machen mobil. Wer sie jetzt kein Dreizack greift, der kann zu Hause bleiben. Die Leere ist am Anrücken. Ja, und direkt hinterher unsere Königin aus Nagersicht. Es kann nur Achara sein. Die ruft hinter dem schattenhaften Schleier. Und da sind wir natürlich wieder beim Kosmos. Die Schleier, die die verschiedenen kosmischen Domänen voneinander abgrenzen. Die Schleier, die von Silvanas zerrissen wurden, als sie die Krone des Lichtkings zerbrach und dann, boom, der Himmel über Eiskrone offen stand und uns Shadowlands beschert. Shadowlands Erwähnung. Kleiner Jumpscare. Lul. Und Achara selber ist ja in der Hinsicht auch eine sehr interessante Kandidatin, von der man wusste, die muss eigentlich irgendwie nochmal wiederkommen. Denn die haben wir ja konfrontiert, als sich Nazjad da erhoben hat. Ja, ihr versunkenes Reich, ihre Domäne. In den ewigen Palast sind wir eingedrungen, haben Achara dort besiegt. Nicht getötet, nur besiegt. Es war, glaube ich, Patch 8.2 von BfA. Und dann wurde in Sors freigesetzt. Ja, das Gefängnis des alten Gottes zerstört. Und daraufhin bekamen wir Patch 8.3, wo er und seine Streitkräfte verschiedene Zonen angriffen. Das Tal der ewigen Blüten in Pandaria und Uldum eben im Rest der Welt, hätte ich fast gesagt, auf Kalimdor natürlich. Und dann hatten wir auch Nialothar als Raid, wo wir in Sors dann am Ende stellten und mit unserem Herz von Azeroth vermeintlich weglöteten. Aber wir wissen, auch da hängt so ein Rattenschwanz von Themen dran. Da hatten wir die Geschichte mit Furorion, Xalatas und dem Panzer. Da haben wir die Geschichte von in Sors. Auch jemand, der vielleicht all das letztendlich geplant hat. Ja, und, und, und. Und also die ganze Geschichte, die kann ja nochmal völlig anders aufgerollt werden, auch in Zukunft. Aber bevor wir in Sors, wie auch immer, genau weglaserten, da hatten wir dann Atschara als Teil eines Bosskampfes. Denn sie wurde von einer leeren Inquisitoren gefangen gehalten und gefoltert. Und ihre immensen Kräfte wurden dann gegen ihren Willen benutzt und, ja, unglücklicherweise auch noch gegen uns. Und als wir diese Inquisitoren dann umhauen konnten, wurde Atschara freigesetzt und meinte nur zu uns, ja, hier nehmt diesen komischen Dolch mit, gönnt euch reichlich, auch gar nicht Sass oder so. Und dann verschwand sie durch ein großes leeren Portal und meinte, sie bricht auf zum wahren Sitz der Macht. Und da haben viele vermutet, dass sie jetzt zum Sitz des Pantheons geht, dass sie von Xalatas, von der Klinge, irgendwie Infos bekommen hat, wo der Machtsitz der Ordnung ist. Und da hat Xalatas als Wesenheit damals noch im Dolch gefangen zu uns, er gesagt, hey, ihr seid jetzt hier im Endbosskampf von Legion, ihr seid jetzt beim Sitz des Pantheons, war es so clever, mir zu zeigen, was das ist und wo das ist. Andererseits gab es dann Stimmen, die ich auch für realistisch erhalten würde, die dann meinten, hey, warum sollte Atschara als leerenermächtigte Dienerin in fucking Nialothar der erwachten Stadt erschrecken, ja, warum sollte die zum Sitz der Ordnung sagen, das ist der wahre Sitz der Macht. Also es muss ja eigentlich irgendwas sein, wo noch mehr Leere ist, ja, der Sitz der leeren Fürsten oder, oder. Und so scheint es auch gewesen zu sein. Sie lauert jetzt also hinter diesem Schleier, ist damals abgehauen, möglicherweise jetzt sogar noch mächtiger geworden und wartet auf ihren Moment, um ihr Königreich wieder aufblühen zu lassen. Also alles, was irgendwie zum bisher vorgestellten Plot vom übernächsten Add-on, also Midnight, passen würde, Elfen und Elfen Königreicher, also wenn da nicht Atschara mitmischt, dann weiß ich aber auch nicht. Konnte man sich hier aber aufgrund all dieser Geschehnisse schon so ein bisschen herleiten und das liebe ich ja, wenn man doch sieht, wie viele verschiedene Elemente über verschiedene Add-ons hinweg dann irgendwie doch verknüpfbar sind. Das zu den ersten zwei Sätzen. Ja, wir machen mal weiter. Sie wartet also, sie ruft hinter diesem schattenhaften Schleier. Sie hat den Kreis der Sterne überwunden und strahlt vor ewiger Erhabenheit. Den Kreis der Sterne überwunden. Und der Kreis der Sterne hat die WoW-Lore-Community lange Zeit vor große Fragen gestellt. Lange Zeit hat uns diese Begrifflichkeit an der Nase rumgeführt, denn wir hatten seit längerem das Zitat, ertränkt euch im Kreis der Sterne, um ihn zu finden. Und wir dachten, das kann eigentlich nur ein Gefängnis von einem alten Gott sein, das wir da finden. Möglicherweise ein Sors, der fehlte noch auf der Liste. Und dann haben wir alles Mögliche abgesucht. Ja, ich weiß noch, wie man runtergetaucht ist nach Tiefenheim, die Katterzone. Und dann hat man so nach oben geschaut und da war eine Menge Geglitzer und so ein wobbelnder Kreis. Man ist ja dann zum Start dieser Zone, ich glaube sogar mit Thrall und einem Windreiter, rein in den Mahlstrom und kam dann irgendwie nach Tiefenheim und hat da so die Überreste gesehen von Todesschwinges Welpenbeben. Ja, und wie er da dann durchgedreht ist und rausgebrochen kam. Und wenn man ganz nah nach oben ranfliegt, an die oberste Spitze der Zone Tiefenheim über diesem Tempel der Erde, dann hat man da einen Kreis aus astralen Schwingungen, aus tentakelartigen Gebilden. Könnte das ein Kreis der Sterne sein? Und dann dachten wir, naja, ist Ensors vielleicht weggesperrt zwischen dieser Ebene, dieser Elementarebene, die ja auch irgendwie mit Todesschwinge zu tun hat, und dann dem Mahlstrom als irgendwie Bruchstelle, ja, als so Sollbruchstelle von Azeroths Realitätsebene. Und ob er da irgendwie dazwischen war, dass die vollendete Verderbnis von Todesschwinge, als er da durchbrach, hat er dadurch das Gefängnis von Ensors geschwächt oder die ultimative Verderbnis seinerseits erst entfacht. Und so hat man sich da ewig viele Gedanken gemacht und sicherlich kann man noch heute versuchen, gewisse Elemente anders zu drehen. Allerdings kam dann der Bosskampf mit Achara. Und wenn man sich im LFR für den Bosskampf mit Achara anmelden wollte, dann hieß diese Location einfach Kreis der Sterne. Also der Ort, die Location, wo dann Ensors quasi weggeschlossen war. Und dann sind alle Ideen direkt einmal gestorben. War wie so ein großer Domino Day früher auf Super RTL. Einfach mit einem Stein angefangen und swusch, alles war am Umfallen. Ja, und somit erstarb alles in dieser Richtung. Ich finde aber, man kann dennoch versuchen, derartige Elemente irgendwie neu zu interpretieren. Ja, wer weiß, ob das wirklich alles war, was wir zu diesem Kreis der Sterne sehen konnten. Ob es mehrere gibt, ob es weniger um die Location ging, als vielmehr um das, was damit zusammenhängt. Ja, titanische Ketten, die etwas festhalten oder ähnliches. Und deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir hier nicht das letzte Mal von dieser Thematik gehört haben. Denn es heißt ja auch, sie hat den Kreis der Sterne überwunden und strahlt vor ewiger Erhabenheit. Also ist der Kreis der Sterne vielleicht gar nicht diese Location, wo wir Akshara besiegt haben. Weil was hat sie da überwunden? Sie hat von uns massiv auf die Schnauze bekommen und wurde dann von Ensors nach Nialotha gezogen. Wie Kreis der Sterne überwunden. Ja, das klingt hier so epochal. Dabei war es irgendwie wie über die Straße gehen. Ja, vielleicht ist Akshara eine ganz krasse, ist gegangen, wenn rot ist. Hey, 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 Akshara, das machen wir hier nicht, okay? Beruhig dich mal. Also dieses Überwunden und strahlt vor ewiger Erhabenheit, das klingt doch nicht nach etwas, was wir da dann gesehen haben, nachdem wir ihr mies auf die Fresse gaben. Andererseits könnte es einfach Naga-Propaganda sein. Hey, unsere Königin, selbst wenn die von 20 Helden total vermöbelt wird, Junge, die strahlt in einem Glanz. Sie ist die Allerbeste. Sie wollte das so. Na klar, unsere Freunde von der Lehre, die wissen doch genau, wie es läuft. Aber vielleicht meinen Sie mit Kreis der Sterne auch wirklich etwas eher Kosmisches. Kosmische Schnittstellen ist der Kreis der Sterne, die Naga-Formulierung für die Schleier oder für das Astrale, über das wir in den letzten Folgen sehr häufig gesprochen haben. Weil wenn es Ihre Art der Formulierung für die Schleier ist, warum sprechen Sie dann satzfreier von den Schleiern? Also das ist mir ein bisschen schleierhaft, wo genau Sie da hinwollen. Aber ich finde, diese Sätze haben durchaus etwas Kryptisches, was Sie so hinter sich herziehen. Und auf der einen Seite könnte man einfach sagen, ja, auch aufgrund dieser Location-Benennung und LFR von damals und, 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 können wir da relativ schnell Nägel mit Köpfen machen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Lehrentexte dafür ausgelegt sind. Da sagt mir meine Erfahrung so ein bisschen was anderes. Und darum finde ich auch diese Problematik auch noch interessant genug, sodass man sagen kann, hey, möglicherweise haben die Naga da doch ein bisschen mehr Weitblick und meinen Lehren verdorben, wie sie sind. Nicht unbedingt den LFR-Teil, ja, obwohl man da auch häufig das Gefühl hatte, man würde irgendwelche Grenzen des menschlichen Denkens und des Universums überschreiten, ja, wenn man gelesen hat, was Leute da für Taktiken vorhaben. Deswegen, ja, die Naga. Sie wissen Bescheid, Sie wissen vielleicht sogar ein bisschen mehr als wir und vielleicht ist dieser ganze Kreis-der-Sterne-Thematik auch noch nicht so durch, wie man es jetzt denken würde, denn vielleicht ist dieser Kreis der Sterne auch unsere Realität. Ja, wie sieht denn Azeroth aus auf den meisten Karten, wenn wir an die Kosmos-Folgen vom letzten Mal denken? Ja, das ist ja da nicht so 3D-mäßig als Orbelement dargestellt, als Kugel, sondern als Kreis. Was ist drumherum? Der Kosmos, Sterne, der Kreis der Sterne, die Realitätsebene. Die, hat Achara hinter sich gelassen, ist aufgestiegen in die Domäne der Lehre rein. Also interpretativ wissen wir, lehren technisch viele Freiheiten. Inwieweit uns das weiterbringt, das ist natürlich dann die nächste Frage, wo man sagen muss, können wir hier jetzt besonders viel draus lesen? Da würde ich dann sagen, ebenfalls, wie wir es von der Lehre gewohnt sind, nein. Aber möglicherweise dient dieser Text eben dazu, auch ältere Elemente, die vermeintlich geklärt sind, noch mal ein bisschen aufzuwühlen. Die lang ersehnte Zeit naht, sagen die Nager. Sie scheinen also wirklich irgendeine Weitsicht zu haben, eine Prophezeiung, eine Weissagung, eine laut der Lehre vermutlich garantiert eintretende Zukunft zu kennen und konnten deswegen auch all dieses Wissen bisher haben, weil das sicherlich mit dieser Prophezeiung oder einfach der Ansage von Achara zusammenhängt. Hat vielleicht aus dem Fenster geschaut, im Unterhemd, hat dann so ein Biergeex ganz laut gerülpst und gesagt, Leute, ich komme bald wieder, ne, Fenster wieder zu. Und die Nager so, ja, unsere Königin, sie hat alles überwunden, die lauert hinterm Schleier, ist einfach so ein richtig vergelbtes Fenster. In so einer schön von Generationen gepflegten Raucherhöhle, weißt du, da lauert sie jetzt auf ihren Einsatz. Perfekt. Achara hat eine schöne Lehre, eine Hotbox, Junge, das ist der wahre Sitz, der macht. Der Herold, so heißt es weiter, versammelt die Kinder der ersten Art, um zurückzufordern, was verloren war. Sie müssen sich an ihren Schwur erinnern und jenen dienen, denen sie Treue schulden. Der Herold, da waren wir damals noch nicht so ganz sicher, wer soll das sein? Sind wir Spieler das? Ist es Xalatas, die ja irgendwo ebenfalls frei umherwuselt, auch durch so einen leeren Portal verschwunden ist, wie eine Atschara, nachdem wir sie eben freigesetzt haben, oder ihr dabei halfen, diesen Dolch zu verlassen? Und könnte es auch Iridikon sein, zum Beispiel, ja, der natürlich schon so ein bisschen verdächtig war. Nostormu sprach, da meine ich auch schon, von seinem Hunger, der immer gefährlich war, und fragwürdigen Verbündeten und, und, und. Also da wussten wir schon, in welche Richtungen das gehen könnte. Und darum war zu diesem Zeitpunkt Iridikon noch ein bisschen verdächtiger als eine Xalatas, weil Iridikon hatten wir zumindest auch greifbar. Mittlerweile schreibt sogar Blizzard in den Beschreibungen von 11.0, wenn ihr das vorbestellen wollt, ja, der Herold Xalatas ist zurückgekehrt. Okay, also die etwas anders direkte Offenbarung. Aber auch interessant, die Kinder der ersten Art. Und da könnte man ja meinen, ey, das geht doch wunderbar inher mit dieser Theorie, dass Xalatas versucht, die Essenzen aller alten Götter zu sammeln, um damit sich selber zu ermächtigen, den Schleier zu zerreißen, zur leeren Domäne, ja, selber den Kreis der Sterne zu überwinden oder was auch immer zu tun, ja, Scharaj wieder zu beleben, man weiß es nicht genau. Und dann kommt aber der nächste Punkt, um zurückzufordern, was verloren war. Sie müssen sich an ihren Schwur erinnern und jenen dienen, denen sie Treue schulden. Und mittlerweile wissen wir ja, dass Xalatas tatsächlich auch die Neruber hinter sich geeint hat. Ja, da haben wir ja in den ersten paar Trailern und ich glaube auch Interviews ein bisschen was zugehört. Wir hatten hier schon eine große Extrafolge zu den Nerubern, zu ihrer Geschichte und dem, was da künftig vielleicht kommen kann. Und möglicherweise sind wirklich die Diener, die ursprünglichen Diener der alten Götter gemeint, die dann jetzt wieder vereint werden sollen. Und wisst ihr, was da besonders spannend ist? Natürlich keine Folge ohne Lügen der Titanen. Wer weiß, was hier noch alles zu den Kindern der ersten Art zählt. Wer weiß, ob wir nicht doch letztendlich mit drin hängen. Von wegen, oh, der Fluch des Fleisches und so weiter und so fort. Wir erinnern uns an diesen ominösen Satz aus den von Odin oder seinen Dienern umgeschriebenen Texte. Die Errungenschaften des schwarzen Imperiums sollen aus der Geschichte gelöscht werden oder so umgeschrieben werden, als hätten die Titanen diese Errungenschaften errungen, diese Schöpfungen geschaffen oder was auch immer. Schöpfungen schöpfen, let's go. Also auch hier wieder so ein bisschen kryptisches im Hintergrund, wenn man es denn sehen möchte. Und ich wage zu behaupten, dass wir nicht unbedingt die alten Götter und diese Sammelaktion gemeint sein müssen, sondern wirklich die Diener oder eben das, was die dann erschaffen haben. Der Herold versammelt die Kinder der ersten Art, weil es klingt ja auch ein bisschen so, als wäre der Herold krasser als diese Kinder. Darum muss er sie einsammeln. Der eint die unter sich. Und Xalatas hat möglicherweise das Potenzial, krasser zu werden als ein alter Gott oder war in Teilen selber einer. Wie auch immer, da könnten wir jetzt wieder ein großes Spekulationsfass aufmachen. Aber ich finde, es klingt hier nicht so, als würden wir über die mithäftigsten, leeren Verkörperungen reden, die wir so kennen. Und auch versammeln klingt ja schon ein bisschen weird, wenn Blizzard sich noch selber hingestellt hat und meinte, ja, die sind tot. Klar, das hat im Warcraft-Kosmos mittlerweile eine sehr undurchsichtige Bedeutung, aber dieses Versammeln und Zurückfordern, was verloren war. Sie müssen sich an ihren Schwur erinnern und jenen, denen sie Treue schulden. Ich meine, es gibt diese Ideen, dass auch ein mächtiger Lehrendiener wie zum Beispiel einen Source beim Durchblicken all dieser möglichen Zukunft irgendwann mal eine sieht, wo er erkennt, dass es am geilsten wäre, wenn er sich von der Lehre lossagt und vielleicht den Verteidigern von Azeroth hilft oder einfach am Strand sitzt, in einem netten Hawaii-Hemd, in jeder Tentakel dann irgendwie einen anderen Drink, ja, und dann verrät er quasi die Lehre durch das, was die Lehre ausmacht, ja, nämlich durch das Betrachten verschiedener Zukunfte. Aber das ist ja auch immer nur eine Idee gewesen. Auch dagegen stehen jetzt die verschiedenen gerade Insektuidenvölker, die sich ja dann durchaus von den alten Göttern über all die Zeiten losgesagt haben, teilweise eigenständig entwickelt haben und, und, und. Und deswegen, ja, vorstellbar, dass er die gemeint sind. Wir hatten ja auch damals den MOP in der Schreckensöde mit den Klacksi gearbeitet, mit diesen Mantisartigen, mit diesen Heuschreckenwesen, ja, und die waren ja total cool mit uns. Wir haben denen geholfen, ihre militärischen Ränge wieder aufzubauen, wir haben deren alte Helden erweckt, wir haben deren Tierchen gefüttert, und, 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 ja, und am Ende hat Garrosh das Herz von Jascha Raasch ausgegraben. Der hat die gerufen und die haben gesagt, so Sterbliche, danke bis hierhin, jetzt müssen wir euch leider töten. Ja, der alte Ruf, der alte Meister, der ist dann doch wichtiger als euer Scheiß hier. Und das würde eben sehr gut funktionieren mit dem, was wir hier gerade auch gelesen haben. Aber wir merken, und das bilde ich mir ein, ist von Blizzard bewusst so gewählt, auch wenn man nicht weiß, was jetzt in der Lokalisierung von Englisch zu Deutsch möglicherweise ein bisschen anders gehandhabt werden musste. Ja, da gehen natürlich einige ursprüngliche Intentionen manchmal auch flöten, aber ich bilde mir ein, dass wir hier tatsächlich sehr gut gewählte Begrifflichkeiten haben und deswegen auch wieder diesen langen Rattenschwanz mit hinterherziehen. Seite 2 Während sie sich in der Tiefe abmühen, werden wir zu den Küsten der Drachenlande reisen, zu der gesegneten Insel, wo der Weltenbrecher einst das Flüstern empfing. Ja, während sie sich in der Tiefe abmühen, das könnte jetzt irgendwelche niederen Nager meinen, die sonst was für Rituale in der aktuellen Heimatstätte dieser Nagergruppe vollführen, aber ich schätze mehr, die meinen uns. Ja, uns, mieses Pack, die wir rumkriechen, in der Erde buddeln, irgendwelche Expeditionspacks einsammeln und dann ja in Richtung 10.1 auch in die Zaraleck-Höhle gingen. Wir sind im Endeffekt die Abgelenkten hier und während wir abgelenkt sind, wir heutigen Champions, die schon so viel versaut haben in deren Plänen, können sie eben zu dieser verbotenen Insel reisen, dort, wo der Weltenbrecher, also Neltarion, aka Todesschwinge, das Flüstern empfing. Und da finde ich super spannend, auch aus Sicht der Lehre. Sonst hören wir immer nur die Sicht der Ordnung, ne, oh, hört nicht auf sie, die Flüstereien gefährlich, verteufelt, der Fluch des Fleisches und so weiter. Und sie sprechen hier von einer gesegneten Insel, ja, da, wo Neltarion sich dann dem Flüstern ergab und darum ist das für die so eine ganz tolle Pilgerstätte auch, ja, die finden das total super. Also da hat er sich unseren Idealen hingegeben, sich unseren Zielen angeschlossen, auch wenn er nicht so wirklich wollte, ja, und dass er so eine Art Notsituation war, wo er ja dann alleine gegen Raser Gäß, gegen die Primalisten stand und dann nur noch der Griff zur Lehre blieb, ja. Mit dem Direkteur hat alles nicht so hingehauen. Dieser Handschuh, mit dem er sie kontrollierte, der wurde ja zerschmettert und dann hat er ja keinen großen Ausweg mehr gesehen und hat quasi gesagt, okay, ihr räudigen Stimmen, ihr habt gewonnen, nehmt mich, nehmt meinen Körper, nehmt meine Seele, aber haut diese räudige Raser Gäß weg, zack, und dann wurde sie ja auch in so einen leeren Portal gesaugt und letztendlich weggesperrt. Ja, und die Nager, die stehen da jetzt mit so T-Shirts, ne, I love Todesschwinge und machen schön so Fotos mit so einem Selfiestick, Junge, hey Mann, so unterschiedlich kann es dann eben sein, ja. So sieht es im Kosmos aus. Für den einen die größte Katastrophe, die kommen konnte, diese Verderbnis von Neltarion, für den anderen der heiße Scheiß schlechthin. Ja, wo ist der Bravo-Starschnitt von Neltarion in Originalgröße, du? Da musst du aber auch ein 10-Jahres-Abo abschließen mit monatlicher Zeitung, damit du zumindest den Kopf dann fertig bekommst, ja. Junge, Junge, Marketing hat es da auf jeden Fall nicht leicht. Wir lesen aber weiter. Ein Sturm versiegt, ein anderer kommt auf. Und auch wenn wir heute noch die verbotene Insel besuchen und uns ansehen, was von diesem Sturm letztendlich übrig ist, vielleicht auch von dem, was Neltarion seiner Zeit dort entfesselte, dann sieht das auch nicht so gesund aus. Dann sieht das fast so aus, als würde sich da irgendeine leeren Verkörperung noch drin verstecken und wartet nur darauf, rauszubrechen. Da ist ja sowieso so ein kleiner, von mir persönlich immer wieder eingebrachter Wunsch, dass wir irgendwann mal an den Himmel schauen und aus Elun brechen, so riesige Tentakel hervor. Ja, oder auch zu Shadowlands, als es hieß, ey, es wird eine Veränderung der Skybox rund um Torgas geben, habe ich mir gewünscht, dass überall Augen und Tentakel spreaden, ja, oder auch da aus so einer Wolke, bam, so richtig riesig, epochal, ja. Fände ich extrem geil. Ist bisher nicht so passiert und muss auch nie passieren, aber für die Optik, würde ich vermutlich sabbernd hier vom Rechner sitzen, ne. Let's go. Die Veränderung der Skybox von Torgas war dann, bilde ich mir ein, das ein bisschen mehr von den Schlundenergien durchdrehte und im Vorfeld ja auch diese roten Anima-Fäden von Revendreth in den Schlund geleitet wurden und das war alles dann, ja, ganz cool, aber nicht ganz so epochal, wie ich das dann haben wollte, ne. Aber wir sehen vielleicht, ne, liebe Naga, schreibt mal noch ein paar Bücher, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ein neuer Sturm wird also aufkommen, der Sturm der Leere könnte es sein. Super spannend, auch wieder dieses Motiv mit den Winden, wenn wir uns an die Geschichten von Erenitria, den Winden des Westens und so weiter erinnern, ist jetzt hier natürlich ganz klar an Rasa Gäste und diese Stürme angelehnt, ja, ist ja dieses klassische Storm is coming, so, was man auch eine Zeit lang in jedem zweiten Film Cinematic oder sonst was hatte, ne, bevor es da in die große epochale Schlacht ging, wurde nochmal so ein Schamane am Feuer befragt, der hat dann geschwiegen, dann kam der Hardcut ins Gesicht gesumt und dann Storm is coming, tödödödöd, epische Musik, nächster Hardcut zur PvP-Runde oder so, wenn das ein Intro war. Und das machen die Naga vermutlich ganz ähnlich hier und darum ist es, glaube ich, falsch, jetzt bei jedem Wind irgendwie zu schreien, oh, 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 das ist aber hier tief im Wessen, ja, kommt auf einmal Herbert Grönemeyer als leeren Wesen um die Ecke, das wollen wir vielleicht auch lieber vermeiden. Und dennoch ist es auffällig, finde ich, in den letzten Folgen, beim Wind, da ist auch immer was los, ja, Frechheit. Die Fackeln wurden entzündet, heißt es im nächsten Satz, die Geheimnisse, die er verbarg, werden wie Dolche die Herzen seines Volkes treffen. Wow. Wow. Also, eine der bekanntesten leeren Prophezeiungen, fünf Fackeln unseren Weg zu leuchten und das natürlich dann das Prophezeiende, ja, dass wenn diese fünf Fackeln leuchten, dass dann der Weg der Lehre offen steht. und das haben wir schon auf alles bezogen. Ist Xadatas eine solche Fackel, ja, sind das einfach die Herolde der alten Götter, sind es die Schwurstande auf den Dracheninseln, sind es die Aspekte selber zu Shadowlands haben wir gesagt, sind es die Anführer der Paktzonen in den Shadowlands oder sind es die Säulen der Schöpfung in Legion gewesen, also wir hatten so oft diese fünf, ja, vielleicht sind es auch alle davon, aber sehr verdächtig natürlich in Dragonflight, während wir auf den Dracheninseln unterwegs waren. Da war ja immer das Ziel, in jeder Zone die Schwärme wieder so gut es geht zu einen, an die alten Aufgaben zu erinnern und dann diesen Schwurstein zu reaktivieren und das war wirklich wie so eine Fackel, ja, der leuchtete dann und schoss wie so ein Signal nach oben und möglicherweise ist das das Zeichen, was gar nicht direkt irgendwas ausgelöst hat, ja, sondern einfach bedeutet, okay, die Dracheninseln sind wieder da und da können wir jetzt an die Relikte oder heiligen Städten ran, die wir eben brauchen, um die Leere richtig losbrechen zu lassen, ja, die Fackeln wurden entzündet, also, was ein Satz, es scheint also passiert zu sein und die Schwursteine waren ja sowieso immer sehr verdächtig, ne, als Alex Strasser dann kurz bevor wir Raserges umgehauen haben, diesen großen Mutterschwurstein, ich meine, in der Nähe von Türhold, in Taldrassus aktivieren wollte, da ging das nicht, dann kam Raserges vorbei und hat gesagt, haha, geht wohl nicht, dann ist sie abgehauen, wir hinterher und dann waren die Schwursteine nie wieder Thema, also, warum ging das nicht, weil die Aspekte noch nicht geeint waren, weil ein Hütertür dabei sein muss, wird das also nochmal Thema jetzt in den nächsten Epiloggeschichten rund um Shadowlands, uns erwarten ja die Vorbotenquests noch zwei Tradi-Rüstungen und und und, oder ist es eben so, dass diese Schwursteine ein riesiger Scam sind und deren Verbundenheit letztendlich Energie in etwas reinleitet, was die Drachen und vor allem die Ordnung lieber so nicht erweckt haben würden, ja, und deswegen ließ sich dieser große Stein am Ende auch absolut nicht aktivieren, weil der gar nicht der Ziel dieser Verbindungen ist, vielleicht mal war, aber wer weiß, wo das alles gerade reinfließt, ne, das, was wir dort an Energien reingelenkt, was wir da letztendlich reaktiviert haben, also auch da gibt es die verschiedensten Theorien, aber letztendlich, tja, sind die wirklich gemeint? Blizzard, super verdächtig, dass wir da keinerlei Hinweise mehr bekommen haben, ne, also das spricht schon so ein bisschen dafür, dass diese Schwursteine jetzt nicht nur das Zeichen der Einigkeit der Aspekte sein sollen, hoppala, und wenn die dann Richtung 11.0 nicht mehr in grün und rot und blau so ihre Säulen gerne Himmel schießen, sondern dann das ganze lila wird, ja, ein riesiger Vortex entsteht und die sich dann irgendwie so schräg nach oben schießend irgendwo kreuzen und da kommt dann so ein leeren Strudel raus und da springt Atschara dann in unsere Realität, tja, da sind wir wieder bei epochalen Bildern, die da möglich sind, aber das sind alles letztendlich Stand jetzt Theorien, Theorien, die sehr gut passen, auch gerade mit dieser Aussage hier noch deutlich besser passen als vor einigen Monaten, aber letztendlich hatten wir ja auch in den letzten Folgen Xalataz betreffend, sie könnte auch ein verdorbener Konstellar sein, sie könnte ein verdorbener Teil von Azeroth sein, ist sie wirklich ein Teil von Yasharaj, hatte jeder alte Gott einen Herold und sammelt sie jetzt die Essenzen ein, auch von Galakrond über Iridikron, wir erinnern uns an den Mega-Dungeon, um die anderen Herolde wiederzubeleben, ist Xalataz dann nur der Anfang oder auf jeden Fall so oder so, was auch immer eure Lieblingsgeschichte in dieser Richtung ist, es ist soweit, die Fackeln wurden entzündet, also selbst wenn wir versucht haben, das zu verhindern, wir haben massiv reingeschissen und die Lehre, die kann hier wirklich frohlocken in diesen Texten, weil es läuft, ja, für die läuft, die Geheimnisse, die er verbarg, werden wie Dolche die Herzen seines Volkes treffen, das ist natürlich auch ein bewusst gewähltes Wort, wir denken auch hier wieder an Xalataz und die Lehre hatte recht, denn was Neltarion wegschließen wollte, in seinem Herzen und auch in der Zaraleck-Hülle in seinem Geheimlabor, dem Raid Aberus, das ist dann letztendlich hervorgebrochen und er hat wirklich viele Verbündete verletzt, sei es körperlich oder geistig, auch wenn wir an Sakhares und diese große leeren Verderbnis denken, die er sich dann auch im Endbosskampf voll ins Ein verleibte, das ist wahrlich nicht gut gelaufen. Also da hat Neltarion im Vorfeld auf jeden Fall auch ein bisschen reingeschissen. Seite 3 Der Herold spricht von einer Urgewalt, die das Ende der Ordnung herbeisehnt. Dieser Zorn kann geleitet werden, um unserem Ziel zu dienen. Eine Urgewalt aus Sicht der Lehre könnte Azeroth selber sein, eine Urgewalt, die das Ende der Ordnung herbeisehnt, das klingt schon ein bisschen nach Propaganda. Andererseits haben wir auch hier in den letzten Folgen drüber gesprochen, erinnert euch an die Ley-Linien, an die Lügen der Titanen. Ist Azeroth wirklich weggesperrt? Haben die Titanen da wirklich ein Gefängnis konstruiert? Halten sie sie bewusst zurück oder nutzen sie als Energie, als Schöpfungsquelle? Also wird Azeroth auch Amantul erstmal schön eine slappen? Sollte sie da irgendwie manifestiert werden? Sollte sie eine Avatar-Form erringen oder oder? Vielleicht ist sie dann gar nicht sauer auf die Lehre oder das Licht oder uns, sondern die Titanen. Da stellt sie sich hin und sagt erstmal, ihr miesen Hunde, wisst ihr, wie scheiße das war? Und dann wird sich da schön an einen runden Tisch gesetzt, mit so einem Kissen, das man sich zuwirft und wer das fängt, darf reden. Ja, das ist das perfekte Ende für WoW. Please know. Aber dieser Zorn kann geleitet werden, um unserem Ziel zu dienen. Eine Urgewalt, ja, etwas Uraltes, etwas Mächtiges und das Ende der Ordnung, auch da wissen wir natürlich, gibt es im Kosmos sicherlich alles, was nicht Ordnung ist, was das dann durchaus begrüßen würde, das Chaos vorneweg, vielleicht auch hier so ein Wink in Richtung Sageras, ja, auch da müsste Xalatas, der Herold, ja, wissen, wovon sie redet, auch da war sie ja zumindest in großen Teilen live dabei und vielleicht ist hier ausnahmsweise mal nicht etwas von der Leere gemeint, sondern die Urgewalt in Form des Verdorbenen, des gefallenen Titanen Sageras, der das Ende der Ordnung herbeisehnt, weil er personifiziert das Chaos und dieser Zorn kann geleitet werden, um unserem Ziel zu dienen. Und das ist ja nun das kleine Lehren einmal eins, bevor wir selber ein Tintakel krumm machen, lieber andere beflüstern, ja, auf ihre Wege führen und wenn sie dann merken, dass das gar nicht die Wege sind, die sie wollten, dann ist eigentlich schon zu spät, ja, also, das auch so ein Satz, der einfach voll mit Leere hängt, egal worauf sie da genau abzielen, es wird uns höchstwahrscheinlich nicht so gut tun und da verstehen sie ihr Handwerk in diesen Richtungen. ein Hunger verloren über die Zeitalter wird zurückgefordert. Und da dürfte unser Galakrond mit gemeint sein, wir haben vorher schon von Nostormo diese Warnung bekommen vor Iridikrons Hunger und haben daraus dann schon für die Lehre geschlussfolgert, aber der Hunger von Galakrond, der war natürlich legendär. Ich glaube, wir hatten auch Texte, wo genau das so steht und wenn man sich im Megadungeon angesehen hat, wie riesig das Vieh war, dann kann man das auch durchaus nachvollziehen und verloren über die Zeitalter. Das ist der Wink mit dem Zaunfall. Es war dann, glaube ich, Patch 10.1.5, wo wir rein sind in den Megadungeon und in die Zeit gereist sind, wo Galakrond gefallen ist und Iridikron dann mit diesem alten Artefakt, wo Chromie sagte, ist so ähnlich wie die Drachenseele, nur wirkt es noch älter. Ja, das ist vielleicht auch so ein Ding ursprünglich von den alten Göttern. Und die Drachenseele davon dann inspiriert. Auf jeden Fall war das in der Lage, Macht zu absorbieren, Macht zu speichern, vermutlich dann auch zu entfesseln. Man weiß es nicht genau, was sie damit vorhaben, aber ich denke, mit dieser Passage, gerade mit diesem Zeitalterpunkt, ist genau diese Aktion gemeint gewesen. Und ein dunkles Herz, so schreiben sie, gebrochen zurückgelassen, erwartet die Eroberung. Ein dunkles Herz, gebrochen zurückgelassen, wir denken an das Herz von Yasharaj, etwas, was vielleicht wirklich noch weggeschlossen ist, ähnlich weggeschlossen ist, was dann auf uns zukommen soll, was gefunden wird von Xalatas, ermächtigt wird, oder, oder. Andererseits wissen wir mittlerweile, dass dieses Relikt, von dem ich gerade gesprochen habe, was wir lange Zeit einfach leeren Seele nannten, dass dieses Teil wohl das dunkle Herz heißt, also auch das gebrochen zurückgelassen, erwartet die Eroberung. Frage ist jetzt gebrochenes Herz? Ja, weil es musste lange auf seinen Einsatz warten, vielleicht auch wieder ein bisschen metaphorisch und nicht im Sinne von das Relikt ist beschädigt und erwartet die Eroberung möglicherweise nicht seine, weil das müsste ja schon durch sein, dieses Thema, sondern die Eroberung mit ihm. Ja, das Relikt erwartet die Eroberung, bei der es selber mitmischen kann. Ja, und jetzt hat es eben diesen alten, verlorenen Hunger, diese Macht von Galakrond oder doch eher die von Ensaus, der alten Götter, die in dieser Wesenheit noch pulsierte. Tja, das wird auf jeden Fall alles zusammenhängen. Also da haben wir viele große Puzzlestücke, die schon so ineinander zu schieben sind, aber irgendwie fehlt noch so ein bisschen was drumherum. Ja, und vielleicht auch mittendrin. Vielleicht ist es eins dieser Puzzle, die dann so ein kreisförmiges Gebilde ergeben. Junge, kompletter Nervenzusammenbruch, wenn ich an die denke, aber ich denke, wir haben hier schon viele Weichen richtig stellen können und das ist bei leeren Texten ja immer die halbe Miete, nur wird uns natürlich nicht so richtig gesagt, was sie mit all dem vorhaben. Spannend aber, dass sie hier in 10.07 schon vieles vorhergesagt haben, was dann erst mit 10.15 und darüber hinaus richtig Sinn ergeben sollte und auch das ist, ihr ahnt es bereits, natürlich klassisch. Lehre. Bedeutet auch, wir kommen zur Seite Nr. 4, unsere für heute letzte Seite und dort steht, wenn die Zeit kommt, wird der Herold die letzte Prophezeiung erfüllen und das Erwachen vollenden. Auch das sehr, sehr spannend, weil, direkter Bezug wieder zu Dragonflight, hier sollte ja auch alles erwachen, die Inseln vorneweg, ja, ich glaube sogar, der große Meta-Erfolg hieß jetzt irgendwas mit Erwachen, eine erwachte Welt und Sie sprechen jetzt hier von, naja, das wahre Erwachen, das kommt eben noch, also ich liebe dieses Wörter hin und her, ja, diese Bezüge, die da gesetzt wurden, das ist absolut fantastisch, ganz großes Lehrenkino in meinen Augen und wir haben hier noch mal die Bestätigung, am Anfang habe ich so ein bisschen vermutet, dass wir natürlich Prophezeiungen haben, dass die Naga das gehört haben von Achara, dass die Lehre zu denen flüstert, ja, dass sie jetzt nicht da gesessen haben oder vielleicht einige, aber auch nicht alle Bücher gewälzt haben und sich dieses Wissen aneigneten, ja, vom dunklen Herz, vom Herold und von den Schleiern, sondern, dass sie das natürlich dann auch von der Lehre durch diese Connection, vielleicht wie so eine Art Schwarmbewusstsein, dass sie das dann einfach vermittelt bekommen und dann, wenn sie zu sehr drauf hören, vollends wahnsinnig werden, ja, da fehlt jetzt hier eigentlich noch eine fünfte Seite, wo nur so richtig geisteskrankes Gekrakel drauf ist, das wäre dann auch der wahre Weg, der Lehre, konnte aber hier zumindest noch in Teilen vermieden werden, möglicherweise haben wir die einfach vorher umgehauen und darum konnten die nicht vollends noch ein paar Tentakel aus der Nase wachsen lassen, aber die sind sehr zuversichtlich und bei allem, was wir heute besprochen haben, fürchte ich, sie können das auch sein, weil nicht nur Bezüge zu Dragonflight und den Dracheninseln, sondern auch zu alten Prophezeiungen, die Lehre, die hat auf jeden Fall sehr viel richtig gemacht, bisher, mal sehen, wie es aussieht, wenn wir dann richtig mitmischen ab 11.0 oder schon in den nächsten Zwischenpatches, sehr gespannt drauf, was diese Vorboten, diese Harbinger-Quiz wohl sein sollen und die letzte Prophezeiung, das Erwachen vollenden, ja, was soll das jetzt genau sein, das Wiedererwachen der alten Götter, das Erwachen im Sinne von Power-Up, Xalatas, die mit dieser Macht dann nicht im Schleier einreißt, was ja auch eine Art Erwachen sein kann, weil die Lehre kommt, um Arzorot zu wecken, ne, ist das das Erwachen, was am Ende dieser Geschichte stehen soll? wird Xalatas diese Energie in diesem dunklen Herz nicht in den Himmel schießen und dann so einen Riss erzeugen wie Silvi über der Eiskrone, sondern sie ballert das Ding in den Boden und zielt auf einen doch nicht rausgerissenen und zerquetschten Jascharasch, der irgendwo weggeschlossen ist oder ihren alten Körper, einen weiteren alten Gott oder direkt in Arzorot rein, deswegen gehen wir in die Erde, deswegen braucht sie die Neruba, um möglichst nah an die Weltenseele zu kommen und da dieses dunkle Herz, diese leeren Seele zu entfesseln? Tja, es könnte vieles sein, oder opfert sie sich dann, entfesselt diese Energien, beschwört dadurch einen leeren Fürsten? Erinnert ihr euch an diese fantastische Abschlussquest im Jade-Wald von M.O.P. und das Cinematic dazu, wo Horde und Allianz aufeinanderprallten, nachdem sie Jinyu und Hosen rekrutierten und dann an dieser fetten Jade-Schlangen-Statue aufeinander clashten und dann ein wirklich so riesiges Schar beschworen wurde durch diese Gewalt, Junge, habe ich letztens mal wieder durchgequestet, Jade-Wald, kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr mir wieder am Twinken seid, nicht wisst, wo sollt ihr hin, was sollt ihr machen, Jade-Wald, das ist es, Junge, das war so schön, die Reise, die Endquests und so wie bei diesem Szenario, bei diesem Cinematic, da stelle ich mir das gerade vor, ja, dass dann so ein riesiges Vieh ganz weit hinten steht, wir kommen nicht so richtig ran, ja, aber man sieht ihn da im Hintergrund stets präsent, so wie wir Ende Legion auf einmal Argus am Himmel Pappen hatten und so weiter, da fände ich auch sehr, sehr fett, aber da sind wir wieder, ne, ich will immer irgendwo fette leeren Viecher hervorbrechen haben, vielleicht kriege ich das ja endlich, vielleicht wird das hier wirklich passieren, dieses Erwachen, also was auch immer, es ist vielleicht was von ihm gerade gesagt und vielleicht was völlig anderes, ich glaube, uns wird es nicht gefallen. Erst dann, so heißt es, wird unsere Königin zurückkehren, um über Himmel, Meer und Erde zu herrschen, wir müssen bereit sein. Spannend auch da, Acharas Herrscheranspruch, na klar, der ist nahe wie vor geltend, zumindest für sie und ihre Diener und das Meer, natürlich als Nager, der Himmel, interessant, vielleicht auch eine kleine Kampfansage an die Drachen und Erde, klar, super, passend zu 11.0, Xalatas, Neruba, aber was ist in der Erde drin? Azeroth, soweit wir wissen, darum auch hier, sehr spannende Formulierung, also in dieser Aussage im Grunde auch eine Kampfansage versteckt, ja, erhebt euch, so heißt es am Ende, bald wird enthüllt werden, was stets verborgen lag, alles, was schläft, wird erwachen, so hieß es damals und dann hatten wir lange Zeit, Nialota, die Stadt der schlafenden Schrecken, ja, bis sie eben nicht mehr schliefen, dann war es die Stadt der erwachten Schrecken, ne, und auch da erinnere ich nochmal an das wunderbare MOP-Szenario, das meine ich auch hieß, das dunkle Herz, was sicherlich reiner Zufall ist, dass das alles so easy zu connecten ist und ähnlicher ist, wo wir dabei waren, bei der Ausgrabung tief und am Tal der ewigen Blüten, wo dann das Herz von Yasharaj für Garrosh geborgen wurde und kurz bevor wir dieses Szenario abschlossen, ist der Ausgrabungsleiter-Goblin hin zu dieser Kiste, wurde von einem leeren Strom erfasst und wurde kurzzeitig zu einem Avatar von Yasharaj und als wir den besiegt haben, sagte er mit verzerrter Stimme, Ich schlafe nur. Ja, also irgendwie wird doch auch der Bruder da noch mitmischen müssen. Ich schlafe nur, alles, was schläft, wird erwachen. Also, come on, das große Erwachen, das hier prophezeit wird, ich glaube, da müssen wir in keinen weiteren Deep Dive gehen. Ich bin super gespannt, wie sich das alles ausspielen wird. Bin froh, dass ich dieses Buch auch noch in meiner Tasche gefunden habe, weil ich finde, gerade heute, so ein bisschen auch mit Rückblick auf das, was war, ist es nochmal spannender, das Ganze durchzuquatschen, auch mit den Aussichten, die wir jetzt Richtung 11.0, 12.0 und so weiter haben. Ja, als damals, wo das Ding rauskam, super aufregender Text, definitiv einer meiner liebsten, moderneren, leeren Texte und hoffentlich wird es dabei nicht bleiben, sondern wir kriegen auch weiterhin schöne, düstere Prophezeiungen und vielleicht auch noch mehr feinste Flüstereien. Ich freue mich drauf, Freunde. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank für 50 fette Folgen, also absoluter Wahnsinn. Ja, ich sage ja immer, man weiß nicht genau, wie wird es laufen, wenn man so ein Projekt startet und wie sehr wird man selber dabei bleiben, wie sehr haben die Leute Bock und das war bis hierhin einfach alles fantastisch. Darum, dickes Dankeschön nochmal, für euren Support, egal in welcher Form, alle Infos wie immer in der Videobeschreibung zu finden, egal ob Patreon, YouTube, Twitch oder sonst was, könnt ihr gerne mal auschecken und dann hört nicht zu sehr auf das Flüstern, entzündet nicht zu viele Fackeln und dann freue ich mich, wenn wir uns gesund und munter wieder hören. Macht es gut, haut da rein und tschau's. vor dem Video ein mit dem Job, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.